Jo Leute was geht bei euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und wir befinden uns an meiner Farm. Einfach so aus keinem besonderen Grund. Ich stand jetzt einfach hier so und dachte ich mal komm nimmst mal ein kurzes Video auf. Weil wir suchen immer noch Leute. Leute wir sind keine Ahnung eigentlich spielen nur ich und die auf dem Server so gesagt das ist ein bisschen wenig und da könnte ich auch um zwei Slots runter drehen. Ich habe im Moment 10. Deshalb Leute wir brauchen Leute. Jeder der das Video sieht soll sich einfach bei mir melden und sagt ja oder nein habe kein Interesse oder sagt ja ich will mitmachen. Dann brauche ich nämlich nur den Namen und dann seid ihr schon mit dabei. Ich habe ja früher die Regelung gehabt zuerst mit mir reden damit ich weiß wie alt ihr seid und so weiter und so weiter. Das ist jetzt hinfällig. Ich suche nämlich Leute zum mitmachen die auch aktiv dabei sind die man jeden Tag vielleicht auch nur wenn es nur eine Stunde ist oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten. Aber Hauptsache ihr seid aktiv dabei. Weil so im Moment wir machen nur ein together. Also nur zwei Leute. Und deshalb Leute. Jeder der das Video seht meldet euch bei mir. Ihr habt ja einen Discord Link unten. Schreibt mich dort an und dann sehen wir uns hoffentlich im Projekt wieder Leute. aufaallt.